Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch drei Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. Fünf müssten reichen. Ich glaube, fünf Höllenpilze habe ich. Willst du, dass ich kotze? Willst du, dass ich kotze? Du musst es ja nicht essen, aber zumindest probieren solltest du es. Falls du an die Sachen rankommst, denk an mich. Ich hab schon jemanden geschickt, aber der kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Nein, da erinnere ich mich, was mit dem los ist. Aber ich werde euch nicht so viel verraten. Das ist, ähm... Oh, die Erinnerung. Nach 20 Jahren kommt die wieder. Alter. Ah, wo finde ich Fleischschwanzen? Das weiß ich. Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wie er das sagt? Sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Ach ja. Ja, ja. Ich habe doch Pilze dabei. Hallo, Schnaff. Äh. Schnaff. Äh. Ich habe doch Pilze. Moment. Habe ich nicht fünf Höllenpilze gesammelt? Moment. Nahrung. Sieben Höllenpilze. Habe ich. Dann brauche ich die Fleischschwanzen. Okay, alles klar. In die Hütten hier. Ähm. Sollte man nicht reingehen? Ach nein. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir. Keine Sorge. Alter. Äh. Wenn du ihm aber hier eine Haus bekommst, du Ärger mit dem Wachen. Mhm. Die beschützen nämlich solche Penner. Fingers. Moin. Ich will Schatten werden. Und? Kannst du mir dabei helfen? Ich wüsste nicht wie. Okay. Ähm. Aha. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Ach so. Äh. Das ist natürlich einfach. Also wir müssen nur einfach irgendeinen Diebestalentlehrer finden und uns, ich glaube, ich habe die Kamera ein bisschen zu stark gesumt, ein Diebestalent beibringen lassen. Ich habe gedacht, wir müssen irgendwas klauen. Ich habe momentan noch überhaupt gar keinen Bock, irgendwas zu klauen, weil... Ach, Mann, nein. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Alter, ich bin nicht auf eine homoerotische Geschichte aus. Verpiss dir. Alter, ne? Ach, moin, Fletcher. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst. Heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ach, ich erinnere mich. Ah, ist das geil. Ist das geil. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Ein Bier. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Wo ist acting all this best? Ähm, äh, nee, aber, ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, die Geschichten sind lustig. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Thoros mich hier eingesetzt. So. Muss ich euch auch nochmal was sagen. Äh, da die Framerate, äh, also die, die, die interne Clock des Spiels, äh, auf einem neueren Rechner schneller ist, ähm, kommen manchmal die Antworten. Oder sehr oft die Antworten von den Leuten, die du ansprichst, bevor, äh, unser Charakter den Satz zu Ende geredet hat oder bevor er überhaupt begonnen hat. Ja, damit müssen wir umgehen. Aber wenn ihr euch erinnert, oh, die schönen Sternschnuppen, das habe ich schon damals immer ganz geil gefunden. Und vor allen Dingen auch die Zikaden, das erinnert mich an eine Verkehrsinsel in Südfrankreich, Insider. Äh, bitte wolle nicht sauer sein, aber das, äh, das muss einfach sein. So. Falls du das hier überhaupt guckst. Wenn ihr aufgepasst habt, Neck, er spricht von Neck. Neck ist derjenige, den der Koch vorne, der, der das leckere Essen kocht, zum Pilzesuchen geschickt hat. Ne? Äh, äh, nur damit ihr das, äh, die Lore genauso mitkriegt wie ich. Also, hier finden die Sternschnuppen sogar hoch, nicht nur rund. Hui. Äh, weißt du, wo Neck geblieben ist, ja? Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Warum sammelt du nicht trotzdem Schutzgeld? Bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, falls übrigens jemand weiß, wie man diese Sache... Ach, du Kacker. Schnauze. Ähm, äh, falls jemand eine Möglichkeit weiß, wie man das behebt, mit der Glock, also dass die Antworten kommen, bevor man die Frage überhaupt gestellt hat oder bevor man seinen Satz gesagt hat, dann bitte mal sagen. Ich würde das gerne beheben. Aber möglichst ohne Mod. Ach so, jetzt ist hier in der Arena Kampf. Naja, da müssen wir später auch noch rein. Aber noch traue ich mich nicht. Muss man hier mit einem der Butler reden, weil, ähm, da kann ich was erfahren. Moin, Butler. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben. Selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Was gibt es hier für wichtige Orte? Nun, wenn du wetten willst, geh abends in die Arena. Wenn du Sachen kaufen willst, gehst du am besten zum Marktplatz. Da kriegst du fast alles. Außer Karten. Wenn du Karten kaufen willst, geh zu Graham. Seine Hütte ist schräg gegenüber dem Burgtor. Ja, und da steht jemand, den ich nicht mag. Ähm. So. Wer ist hier der Boss? Gomez. Er lebt in der Burg. Aber wir Butler haben immer nur mit seinen Gardisten zu tun. Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Das ist wahr. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Ich bin nur ein Buddler. Wir haben hier gar nichts zu sagen. Du solltest mit den Gardisten oder mit den Schatten reden. Ach so. Gut. Ende. Ich habe gedacht, er würde mir was sagen, denn, ähm. Matt, lass mich hin. Lass mich jetzt, Frieden, du Stück. Wo ist denn der Buddler, der mir erzählen kann, welches Haus ich benutzen darf? Ja, ich weiß es nämlich nicht, ob ich das einfach so darf. War Fletcher derjenige? Ach so, wegen Neck. Alles klar. Ähm, ja. Die Gardisten da oben brauche ich gar nicht anzusprechen. Ich weiß, wo meine Hütte ist, die ich nutzen darf. Ich werde mal speichern und werde sehen, ob ich sie nutzen kann, ohne dass man mir gesagt hat, dass ich sie nutzen kann. Hört sich komisch an. Ist es auch. Das war so eine mit einem Ofen drinne. Mit einem Vordach davor. Da nicht. Halt die Schnauze! Ja, ihr findet den wahrscheinlich total lustig. War das hier? Also wenn nicht, dann kriege ich gleich aufs Maul. Ja, das war meine Hütte. Und hier den Schinken darf ich sogar mitnehmen. Und hier ist meine Truhe. Yeah! Ah, das sind so gute alte Zeiten. So, was habe ich eigentlich im... Ah, jetzt kann ich das Inventar endlich mal vollständig sehen. Wir haben exakt einen Erzbrocken. Warum habe ich nicht zwei? Ich müsste doch zwei gefunden haben oben. Ich habe... Schnauze! So, ähm... Gut, äh, jetzt muss ich mal was finden. Nämlich, hier gibt es doch irgendwo... Irgendwo etwas ganz Spezielles. Kann ich euch nämlich gleich mal was zeigen. So, da ist eine Pfanne. Und da muss man jetzt die linke Maustaste drücken. Und... Taste nach vorne. Dann holt er ein Stück Fleisch raus. Solange das wurzelt, brät es. So, dann kann man es rausnehmen. Und das nächste immer mit der Taste nach oben reinlegen. Und wenn es aufhört zu brutzeln, mit der Taste nach unten rausnehmen. Also Pfeiltasten, wohlgemerkt. Ich gehe mal raus. Und dann zeige ich euch mal was. Also, wo ist das Fressen? Fressi, fressi. Der Schinken hier bringt doch tatsächlich 18 Punkte Lebensenergie. Ich glaube, das ist ein Unique Item allerdings. Hier, das rohe Fleisch bringt 10. Das bringt 15. Das ist ein Unterschied. Und... Der Wert ist 8. Und hier ist der Wert nur 5. Also, da kann man ein kleines Vermögen mitmachen. Äh, halt... So, dann braten wir mal eine halbe Stunde Fleisch. Das ist übrigens auch so eine Sache, die sehr zeitintensiv ist. Und, ähm, das könnte ich offscreen machen. Da könnte ich eine Zeitlupe machen. Aber hier ist Uncut Religion. Also, wenn du hier neu bist auf dem Kanal, merkt ihr, dass das hier Uncut Religion ist. Ja, währenddessen können wir ein bisschen reden. Kann ich euch ein paar Sachen erzählen, wenn sie mir jetzt gerade einfallen. Wie gesagt, mir gefällt die Musik dieses Spieles sehr gut. Äh, wir könnten auch andere Reihen machen. Ihr kennt das vielleicht von meinen anderen Let's Plays. Dass ich da verschiedene Game Soundtracks nehme. Und dann auch Gastmusik, also von Bands und so weiter. Hier wird es übrigens auch einen Gastauftritt von einer Band im alten Lager geben. Von einer wohlbekannten mittelalter Rockband. Bitte nicht in den Kommentaren den anderen verraten, äh, welche es ist. Die Leute sollen die Überraschung haben. Ich war sehr überrascht, äh, als ich auf einmal die Musik gehört habe. Obwohl ein Thema aus dem Soundtrack dieses Spiels, da kommt Matt und der wird mich gleich voll labern und mich beim Braten unterbrechen. Das macht er immer so. Nö, das ist nicht Matt. Der unterbricht einen nur bei wirklich wichtigen Sachen und geht einem tierisch auf die Eier. Und momentan komischerweise, also zumindest war es letztes Mal so, dass er am Anfang nicht mit ins Feld kam, also nicht nach draußen. Und später konnte man ihn wunderbar von Klippen schmeißen und sonstige Dinge und auf verschiedenste Arten und Weisen töten. Das war wundervoll. Ja, das Fleischbraten dauert ein bisschen. Wie gesagt, ähm, ja, das könnte man jetzt in der Zeitlupe machen. Und, äh, Zeitraffer, meine Zeitlupe wäre schlimm. Okay, guck mal, unsere blutigen Fußabdrücke gehen einfach nicht weg. So. Ah, ja. Und in der Hütte, da kann man natürlich pennen. Äh, ich gebe keinem den Rat, in Gothic, äh, bei Nacht durchs Gestrüpp zu gehen. Äh, das ist einfach unschön. Zumal, wenn man so ein Lampenset-up wie ich hier hat, ähm, damit mein Gesicht gut beleuchtet ist, so wie jetzt, äh, muss ich dafür sorgen, dass mir die Lampen ins Gesicht strahlen. Und wenn es Nacht ist in irgendeinem Spiel, habe ich ein Problem. Ach, wie lange braten wir jetzt hier schon Fleisch? Es wird hier sicherlich Folgen geben, die so heißen wie 20 Minuten Fleischbraten, äh, im alten Lager. Da kenne ich gar nichts. Also wer mein, ähm, jetzt, ähm, auf dem Weg zu 500 Folgen Fallout 3 Let's Play kennt, der weiß, ähm, ich bin absolut schmerzfrei, wenn es darum geht, äh, Let's Plays, wie man so schön sagt, in die Länge zu ziehen. Ja, ich glaube, ich muss die Facecam etwas weiter rauszoomen. Ist sowieso nicht gut, wenn man hier so meine Schnauze sieht. Das sieht echt aus, als hätte ich hier so einen Pickel. Aber das ist ein, das ist ein Fleischlappen. Ja, das ist so hochgeklappt, ne? Und, ähm, da drunter waren übrigens Barthaare eingeklemmt. Das war ziemlich eklig, die da rauszukriegen. Und deswegen musste der Bart auch ab. Ich halte sowieso nicht viel davon, im Sommer einen Bart wachsen zu lassen. Und, äh, ich finde, der Bart macht mich unnötig alt. Meine Freundin steht drauf, die meisten der Zuschauer hier, die sich, äh, darüber ein Urteil erlaubt haben, haben gesagt, dass der Bart mir steht und dass ich ihn so wachsen lassen soll. Tja, so können sich dann mal die Geschmäcker unterscheiden. Aber habe ich nicht langsam das ganze Fleisch weggebraten? Ich gucke gleich mal ins Inventar. Mach mal. So. Äh, auf den Schinken, genau. Ich fass es nicht. So. Ähm, ihr erinnert euch da vorne... Ach, Matt, geh weg, geh weg, geh weg. Deswegen, was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Vägel für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Hast du Scavenger-Gevögel oder was ist los? Oder Ziegen oder Hunde oder was auch immer? Weißt du was? Ich geh mal kurz pennen. Matt, geh weg. Ich habe keine Lust auf ein homoerotisches Erlebnis. Geh weg. Ah. Bis zum nächsten Morgen schlafen, ja. Warum kann man so bis verschiedene Zeiten schlafen? Ja, manche Questen werden tatsächlich besser bei Nacht erledigt. Ich muss mal irgendwas tun, damit ich nicht die ganze Zeit blute. Moment. Warum kann ich die Höhlenpilze eigentlich nicht abgeben? Aber ich hole gleich mal die Fleischwanzen. Ich weiß, wo es die gibt. Ach, beim Schla... Ach, wenn ich schlafe, heile ich auch. Das habe ich ganz vergessen. Ha, 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 ha. Moin, Zen, Lager. Äh, geil. Ach so, das war der Typ. Hallo. Ha. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile. Denk ich. Bis du dir das überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Das Thema aus dem Soundtrack. Äh, da habe ich gedacht, hä? Das ist doch ein Stück von Band, die nämlich hier spielen wird als Gast. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt. Dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was. Und Rüstungen sind richtig teuer. Oh, oh ja. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Okay. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt es hier. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Anarchia, yes. Vielleicht sollte ich mich mal dem neuen Lager anschließen. Aber ich habe nicht, glaube ich, letztes Mal der Sekte angeschlossen. Warum sollte ich mich der Sekte angeschlossen? Doch, ja, 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 ja. Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen, wie das der Sekte. Also es ist leicht, in die Sekte einzutreten. Es ist sehr, sehr leicht. Also man muss da nur ein paar Leute ein bisschen überzeugen und so weiter. Und das ist sehr, sehr leicht. Alle anderen Lager, ich glaube, das alte Lager ist das Schwierigste, um reinzukommen. Ah ja, das war das. Nach dem habe ich vorhin gesucht. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vorder ist frei. Hey, diesmal zeigt er sogar dahin. Hat er das letzte Mal auch gemacht? Hab keine Ahnung, ist das lange her? Meine Güte. So, hier hinten muss irgendwo die Ecke sein mit den Fleischschwanzen. Nein, man sollte lieber nirgendwo runterspringen. Sonst macht das... Ah! Buddler. Buddler, Buddler. Hier haben wir den Schmied. Ja, Schmieden können wir... Ach, Hulo, ja. Habe ich letztes Mal drüber gelacht. Wie es aussieht, beherrschte dein Handwerk. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Das ist nämlich auch eine Geldquelle, dass man... Also es gibt... Es gibt mehrere Geldquellen. Also es gibt einmal den Kram zu verkaufen, den man von Tieren abziehen kann. Dann Fleischprodukte. Also wenn man genügend Fleisch brät, kann man da ein halbes Vermögen draus machen. Und später braucht man so viel Gesundheit, dass die Fleischkeulen einen sowieso nur, wenn man 100 Stück isst, hochheilen. Und dann gibt es hier Waffenschmieden, ne? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erzlocker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Natürlich. Bin ich auch im Realleben, also... Na Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Mein Name ist Matt. Ich würde mich selbst gerne mal an deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu erhärten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Ähm, 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 ähm. Dinge fürs Schmieden kaufen? Ne, noch nicht. Das machen wir später, wenn wir genügend Asche haben, ähm, wenn wir ne Rüstung haben, die uns halbwegs schützt. Das ist nämlich auch Spaß. Also da kann man auch viel Zeit verbringen, ne? Äh, also manche Folgen werden hier auch, wie man so schön sagt, langweilig. Äh, ja, das sollte man besser nicht machen. Wer ist denn da? Moment mal. Schatten. Ja, ich höre die Fleischschwanzen schon. Ähm, hier sind sie wohl nicht. Da oben, da, guck mal. Ähm, hier da irgendwo. Man trifft die Kackviecher meistens, ne? Ah, fuck. Vor allen Dingen, weil die da immer an dem Kackzaun langlaufen. Letztes Mal war das einfacher. Kann ich das lieber mit der Hand vielleicht machen, weil... Moment mal, kann man das Schwert ablegen? Ah ja. Wenn ich jetzt mit der Faust draufgehe... Ach, ich hab das Schwert jetzt weggeworfen. Ah, Erfahrung 10 krieg ich sogar dafür. Aha, so, jetzt dürfte ich sie aber bald haben. Sieht, mit der Faust kriegt man sie eher klein. Oha. Ha, na endlich. So, das alte Schwert will ich wieder haben. Also, drei Fleischschwanzen. Entschuldigung, das muss so. Ah. Ah, dieses Menümanagement ist wirklich einigermaßen bescheuert. Soll nicht komisch gucken, wenn ich hier komisch gucke. So. Dann wollen wir mal wieder die beste Waffe an den Start nehmen. So. So, jetzt dürften wir wieder eine Quest abschließen können. Weil für Questen abschließen kriegt man natürlich auch Erfahrungspunkte, Gummipunkte. So. Ah ja, hier. Bis zum nächsten Mal.